servus liebe world of warcraft freunde willkommen zurück zu einem neuen video auf meinem kanal es sieht so aus als würde blizzard die dragonflight raids noch einmal ein gutes stück nerfen plus mythisch plus ein bisschen schwieriger machen das geht zumindest aus dem ptr hervor das haben wir diese woche gesehen dieses video musste ich aus zeitgründen zwei drei tage früher aufnehmen deswegen es kann sein dass es inzwischen einen hotfix gab und das ganze schon eingespielt wurde wenn dem so ist sorry weil viel arbeit diese woche mein geburtstag steht an und so weiter hatte ich keine möglichkeit da noch rechtzeitig zu reagieren und ich bin seit freitag durchgehend weg und konnte nichts mehr dran ändern an der geschichte aber nichtsdestotrotz hoffe ich jetzt einfach mal dass blizzard hier keinen strich durch die rechnung macht und das ganze noch auf dem ptr geblieben ist wir sehen es auf dem aktuellen ptr bild gibt es einmal einen kompletten zehn prozent nerf für alle dragonflight raids health and damage of all creatures in world of the incarnates aberos das bedeutet dass wenn das so live geht was vielleicht demnächst geschehen könnte nicht nur die erweckten raids genervt sind sondern auch die die es gerade nicht sind und das ist insofern interessant das stand auch in dem wow hat artikel beispielsweise ihr wollt noch irgendwo in dem mythischen raid transmog farm zb oder ihr wollt ihr habt phyrag mythisch gelegt so wie wir wollt noch anurelos farmen das ist nämlich immer noch machbar und immer noch drin auch da zehn prozent weniger hp für den boss zehn prozent weniger schaden und das macht das abfahren halt mal um ein vielfaches einfacher dementsprechend zum ende der season hin je nachdem wann dieser buff oder nerf online geht wird alles noch mal ein stückchen einfacher ihr könnt euch da einfacher durch prügeln und ich sag mal die season soll ja eigentlich hauptsächlich auch spaß machen und nicht mehr so eine schwitzer season sein zumindest in im raid und so weiter deswegen finde ich die änderung ehrlich gesagt ganz gut und kann definitiv damit leben für mythisch plus ist auch eine änderung geplant 11 prozent oder health and damage of all creatures in dragonflight mythic and mythic plus dungeons has been increased by 11 also in allen mythisch plus und mythisch null dungeons 11 prozent mehr gesundheit und schaden für alle kreaturen das beinhaltet trash mobs und bosse und damit schreibt wow hat sollen die aktuellen 10er keys also das maximum was ihr spielen muss müsst um das höchste der belohnung aus der wall zu bekommen sollen sich damit dann anfühlen wie frühere 21er keys dementsprechend die dinger sind in der pipeline es ist auf dem ptr also gut möglich dass das bald online geht warten wir es mal ab schreibt gerne in die kommentare was ihr davon halten würdet und damit danke fürs zusehen bis zum nächsten video und reingehauen bis zum nächsten video 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 bis zum nächsten